So, wer erwartet mich da? Achso, Raylia. Warum frage ich überhaupt? Wenn es stimmt, dass sie vielleicht künstlich erschaffen wurde, dann eher weniger. Und Mom und Dad sind dann wahrscheinlich nur so Figuren, wo sie sich so überlegt hat, wo sie halt ins Schema passen. Ein männlicher Forscher, ein weiblicher Forscher, die sich den ganzen Tag um sie gekümmert haben. Und die dann halt einfach irgendwann nicht Nein gesagt haben, als sie dann sagte, Mama, Papa, ich liebe euch. Das muss gerade alles sein. Wo lande ich denn, wenn ich mich jetzt mit dem Communicator... Kann ich mich doch eigentlich direkt vor der Facility absetzen lassen, oder? Das wäre zumindest echt praktisch. So, hier. Ja, das ist bei der Facility. Perfekt, ich muss da nicht hinlaufen. Jetzt frage ich mich, was da drinnen für Gegner wieder auf mich warten. Oder was das für Gegner sind. Oder generell Gegner. Blablabla. Gegner, Gegner, blablabla. Naja, gut. Interessiert mich ja jetzt momentan nicht. Ich will ja mit der Story weiterkommen. Los, invaden wir. Oder kommen jetzt erst nochmal mit der Gegner. Abstieg. Es ist nicht gut. Sie haben ihre Sicherheitssysteme verabschiedet. Das wäre so viel einfacher, wenn sie Idioten waren. Es dauern würde viel länger? Nein, es wird nicht. Denn diese Zeit können wir unsere Hauptkommissionen benutzen. Decryption complete. Wir können jetzt überraschieren die Facility's Transporter. Wow! Okay, dann mal los. Das ging ja einfach. Habe ich mir jetzt irgendwie schwerer vorgestellt. Jetzt muss ich da nur rein. Mich würde aber schon interessieren, was hier für Gegner rumlaufen. Aber ich komme nicht mal hier raus. Ich komme höchstens zum Speicherpunkt. Da ich die leise Vermutung habe, dass ich wieder mal Anne beschützen muss. Was ja immer so viel Spaß macht, wenn ich Anne beschütze. Weil sie ja so robust ist. Also sie trägt ja jetzt die Mithril-Mish. Vielleicht geht sie ja diesmal nicht drauf. Ich liebe es zu sagen, aber es sieht, dass diese Terminale nicht mehr Informationen auf die Ferien hat. Es macht Sinn, dass sie einen Stuhl so machen würden, als er die Entrennung des Sicherheitssystems ist auch re-programmiert. Dann müssen wir versuchen, um einen anderen Terminal zu suchen? Es gibt definitiv rooms, die wir noch nicht checken haben, also wenn wir sie alle hoch und hoch suchen, dann... Was für eine heiße Rezeption. Wir sollten dort gehen, wo alle diese Enemies sind. Das ist, dass sie sich geholfen haben. Du sagst, dass sie ihre Ressourcen konzentrieren, um so zu kämpfen. Es ist ein Permanentist-Train-Lemann. Nur wissen Sie, dass wir uns in diesem Platz haben. Jetzt los! Ja, sehr schön. Aber ich will es jetzt nicht hier raus fliegen, oder? Nicht, dass hier immer wieder Gegner spawnen und ich hier gezwungen bin, hier raus zu fliegen. Scheinbar nicht. Just as I expected. Gunpowder. Dann gucken wir mal, ob ihre Feria hier überhaupt finden. Also, ich dachte, die Enem-Fioris-Hut wäre irgendein Monster. Hahaha. Okay. Hä? Ja, warte mal. Muss ich dann hier runter? Hier war doch der eine Endgegner, oder? Das war dann hier auf der anderen Seite. Ach, stimmt. Hier war ja Feria ganz am Anfang. Aber ich sollte doch in die Richtung gehen, dass hier die Gegner kommen. Wieso ist denn hier nichts? Das ist mehr als strange. Warte mal. Nee, ich laufe jetzt nicht zurück. No loading? Ja. Wer bist du denn? Wer bist du? Ich bin Raphine. Ich bin Raphine. Der Curator des... ... der Biologischen Speziens-Wing hier. Bitte, folgst mich. Ich nehme dich zu der Frau, die du suchenst. Oh. Warte. Warum würde jemanden wie du mit uns co-operieren? Weil ich dich... ...formidabel. Formidabel? Nicht ein solcher von den Forschern in dieser Division arbeiten hier auf ihre eigene accord. Including ich. Wir haben genug. Wir einfach nicht mehr in die zwei. Nein. Das Problem, aber... ... ist, dass sie sich nichts lösen. Sie werden von einer Partie oder der anderen weiterentwickelt werden. Sie müssen von Kronos und der Federations-Wing. Komm hierher bitte. Das könnte ein Trapp sein. Bleib vigilant. Natürlich. Oh. Das sind glaube ich ganz neue Sachen. Cyclone Blade. Klar. Boah. Was hättest du von lernen können? Blood Star Revolution. Und dann habe ich ja noch so ein Programm. Gravity Bullet oder Triple Kick. Komm. Triple Kick klingt doch schon mal ganz nett. Hammer of Might. Jetzt tauschen wir mal aus gegen Triple Kick. Und Abyssal Gate brauche ich nicht auf beiden, würde ich jetzt mal meinen. Cyclone Blade. Cyclone Blade. Swing into the air. We're spinning a Kronos. Hm. Okay. Klingt schon mal ganz geil. Okay. These animals are all corrupted. So you are the ones who did this. Yes. As one aspect of our research. Ja. War doch ne Falle oder was? They aren't authorized to patrol this section. It's time to fight fire with fire. Attack! Yo. Ich tat ja mal ganz gut. Das macht verdammt viel Schaden. Das was jetzt meines Tier. Ich weiß es ist. Ich würde meinen Träger machen. Laser Auscelator. Also von den Viechern bekommt man das. Das war jetzt erst der zweite. Wow. Sehr gut, das sieht nicht ganz so stark. Es ging schnell. Oh, von denen bekommt man das also. Ja genau. Alter, ist das jetzt ein Scherz? Das Fliege ist verdammt groß. Und ich komme mit meinen Attacken kaum dran. Alter, mittelgraben Arsch, dann machen wir es halt so. Dann treffe ich dich definitiv. Hä, das heilt sich ja! Ich bin der Beste. Ja. Ja. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ja. Das war's für heute. Das ist extrem verlangsamt worden. Boah, ich habe mich hüttelst noch mit Ex-Ateile. Ja, wir haben schon ganz gut runtergekloppt. Deswegen nur weitermachen, nicht nachlassen. Scheiße, er hat sich gerade wieder geheilt. Ja gut, aber er macht es halt nicht mehr so oft. Das ist glaube ich der Vorteil. Ja, endlich. Das war doch geplant, dass es nur auf mich geht. Ja gut. Ja gut. Ich bin Thoris. Das lief nicht so toll. Ja gut. 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 Ich bin. Ja gut. Ich glaube. Ja gut. Ich habe mich für die andere Information. Ja gut. Geh raus, Aurelia! Es ist Zeit zu sagen, Aurelia. Ich bin Angst, dass wir nicht mit dir gehen können, honey. Warum nicht? Ich verstehe. Jetzt, dass die Federations-Federations-Fahrer weiß, es wird nicht lange bevor es getrennt wird. Es gibt nichts mehr, was wir tun können. Geh gut aus Aurelia und Faria für uns. Mom! Dad! Auf Wiedersehen, meine liebe Aurelia. Aurelia! Anne, vorbereiten uns für Transport. Aye, Aye, Kapitän. Mom! Dad! Wie arschig ist das denn, dass nicht mal eine letzte Umarmung gegeben wurde? Also das ist ja richtig heftig. Wobei es hat die Trennung wahrscheinlich schwerer gemacht, aber trotzdem... ... ... ... ...